Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Dritter Platz, Veronika Kreidel aus Österreich, Dritter Platz, Ekterina Ivanova von Bulgarien, Zweiter Platz, Miquel, und Zweiter Platz, Gaudio Michel, den Gaudio Michel in Italien. Und das erste Platz, Gaudio Michel, und Zweiter Platz, Gaudio Michel, und Zweiter Platz, Gaudio Michel, Gaudio Michel, und Zweiter Platz, Gaudio Michel. Das ist sehr gut. 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 Das ist sehr gut.